DHB Timeout. Spezial. Wird Ihnen präsentiert von Juna. Pflege gemeinsam schaffen. Also wir haben aus präventiven Maßnahmen gestern eine Kontrollröntgenuntersuchung gemacht und dabei hat sich herausgestellt, dass die Verletzung von Susan nicht besser geworden ist und wir wollen Susan und auch ihre Einsatzmöglichkeiten im Klub in Ungarn einfach schützen und vorbehaltlich und auch präventiv haben wir uns entschieden, auf einen weiteren Einsatz von Susan zu verzichten. Susan tut diese Entscheidung, die ihr nicht leicht gefallen ist und uns auch, sehr sehr leid, aber ich denke, das Team wird jetzt noch enger zusammenrücken und auch im Sinne von Susan versuchen, heute gegen Schweden und im Hauptrunde auch das Optimale zu erreichen. Susan wird auf alle Fälle heute noch beim Spiel bei der Mannschaft sein und der weitere Verlauf ihres Bleibens wird abhängig sein von der medizinischen Abteilung ihres Klubs in Ungarn. Ob sie zurück muss nach Ungarn für weitere Untersuchungen und für weitere Maßnahmen oder ob sie weiter bei der Mannschaft bleiben kann. DHB Timeout – Spezial wurde Ihnen präsentiert von Juna – Pflege gemeinsam schaffen Juna – Pflege gemeinsam Juna – Pflege